Hallo, hier ist Ronja und die Izzy und ich spielen heute Bad Wars, aber kein normales Bad Wars, denn wir müssen jedes Mal, wenn einer von uns runterfällt, unsere Diamantenvorräte an die Gegner schenken. Warte, nur runterfällt oder richtig stirbt? Naja, also runterfällt oder stirbt, oder also das ist ja runterfallen. Okay, nicht runterfallen. Das ist einfacher Trick. Einfacher Trick! Ja, ja. So, ich mach mein Gold hier rein, das sollte ich nicht brauchen. Und dann bin ich hier. Ich gehe zu den Diamanten. Ach nee, warte, da sind die blauen schon. Warum ist denn da jemand? Wie sind die denn da hingekommen? Da ist gar keine Treppe. Na, wo sind denn die Dias? Warte mal, nee, stopp, ich baue unser Bett ein. Bau unser Bett ein? Das wäre vielleicht sinnvoller. Oh nein, Ronja, was sind wir denn für Larrys? Ich weiß es nicht, ich bin nicht gut in Bad Wars, deswegen habe ich dich dabei, dachte ich. Ach so, ja, das ist natürlich eine gute Entscheidung, man lebt. Ja, richtig. Richtig. Als Bad Wars-Glauben. Ähm, ja, es gaben. Ich mein, äh, Freund und Helfer, ähm... Genau, ihr sind Freund und Helfer. Rufen sie mich in jeder Notsituation, in jeder Bad Wars-Notlange. In jeder Bad Wars-Notlange, richtig. So. Oh, die haben schon die Everest! Bett von Rot wurde zerstört, was? Was ist denn hier los? Das eine Bett ist schon kaputt. Oh, heftig. Unsere ist war noch nicht mal eingebaut, aber der ist schon kaputt. Ähm, ich glaube, ich brauche eine, eine Axt, oder? Nee. Ich bin jetzt sechs Emeralds! Uh! Nein, ich habe den mit den Emeralds, habe ich mir gesleckt und bin runtergefallen. Oh. Ja, aber Emeralds sind, sind keine Diamanten. Okay, sie sind weg. Rispore, ich bin mit den Emeralds? Nein, sie sind weg! Tust du nicht, oder? Nein, Ronja! Ich gehe mal kurz Emeralds holen. Das Leben ist so unfair! Das Bett rosa wurde zerstört. Was ist denn hier los? Team eliminiert. Das ist ja aggressiv hier. Ich habe vorhin natürlich gesagt, ja, lass uns auf Hypixel spielen. Da sind die Leute nicht so extrem aggressiv, wie die auf Dings, dem Wommelser. Aber, aber, ha? Lügen, scheinbar. Heute sind sie alle ganz schön hart. Heute sind sie... Ja. Warte, es gibt doch irgendwie 15 Teams. Okay, das ist dann in dem Fall nichts. 15 Teams? Nee, ich meine, guck mal. Es gibt rot, blau, grün, gelb, tschikis, weiß, rosa, grau. Warte, das sind doch nicht 15. Ja, das war eine Übertreibung. Ach so, ein stilistisches Stilmittel, wenn du so willst. Was, ein stilistisches Stilmittel? Easy. Okay, okay. Rot und rosa können uns hier schon mal keinen Stress mehr machen. Blau, komm zu uns! Oh, oh! Oh, komm mal! Kannst du verteidigen, bist du da? Ich bin zu Hause, aber hier ist der Blaue, der... Ich weiß ganz genau, der will zu uns kommen. Er ist noch nicht ganz freut. Blöcke platzieren? Warte, wie komm ich denn dann da hoch? Ich bin hier in der Notsituation, könnte man sagen. Ach, tatsächlich? Ja. Oh, wieso darf ich hier keine Blöcke... Wie komm ich denn jetzt wieder hoch von den Emeralds? Da hab ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Und ich, ich gehe jetzt... Oh, warte, da ist der Blaue. An den knüpfe ich mich jetzt einfach an. Der kann mir hier gar nichts. Nein, ich wurde vom Gegner runtergeschlagen. Du musst alle unsere Dias wegmachen. Oh, haben wir den Dias? Ich glaub nicht. Ist doch gar nicht so schwer, die Runde. Ist gar nicht so schwer, nein. Ich dachte, Dias kriegt man früh. Ich dachte, als Maragde sind das seltene Dias, sind das, was man sofort kriegt. Warte, bist du dann gelbe... Ich bin das hier gelbe Wütende, der hier den Dings tötet. Okay. Da ist er, ne? Da guckt er blöd. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich zu unserer Basis komme. Sind wir, die Gelben, da? Bist du das? Ja, das bist du. Warte, ich baue dir einen Weg. Sag einfach, ob die Blauen jetzt nicht zufällig gerade ankommen. Ja, ja, ich sag's. Ja, ich seh dich. Weil die, die könnten jetzt zu uns kommen. Okay, alles gut. Okay. Ich baue mich langsam, weil ich habe einen wertvollen Feuerball. Den will ich nicht verlieren. Oh, okay, danke, danke. Ich kann auch sonst... Okay, warte, da kommt jetzt langsam ein Blauer, obwohl ich glaub, der will nicht zu uns. Der will hier nur gucken. Oh, ich glaub, der will zu uns. Ich habe einen Weg gebaut. Oh, hi. Hi. Ich wurde gerettet. Deswegen hab ich dich dabei. Genau. Für die Unkompetenz am Spiel. Oh, nein. Warte, dann sagen wir jetzt, Zmaragde sind Diamanten, oder? Weil das ist ja sonst ein Quatsch. Dann ist es ja keine Challenge, wenn es einfach keine Diamanten gibt auf der Welt. Können wir auch keine abgeben. Okay, okay. Okay, also wir müssen all unsere Zmaragde abgeben, wenn wir sterben. Ja, neue Regel. Okay, okay. Ich gehe in die Mitte und hole Zmaragde. Okay, alles klar. Bitte fall nicht runter. Wir haben jetzt auch einen Weg zurück. Ich fall nicht runter. Blau kommt. Blau kommt? Ja, ja. Blau ist bei uns. Blau versteckt sich. Okay, Blau. Was willst du hier? Der Blau möchte uns gerne slacken. Ja, ich gebe auch. Ein Frühstück verputzen will er uns. Aber der hat jetzt auch eine Abwehr. Blau will Grün töten. Ja, der hatte Angst vor uns. Ja, ja. Was für ein... Dann gehe ich jetzt von der Mitte aus zu Blau und bauen wir einfach so den Wetter von uns. Ich denke, ja. Das ist eine gute Idee. Wir können auch... Für vier Zmaragde kriegt man Diamantschwert schon. Pink ist raus, ne? Mhm. Oh, was? Ben wurde zerstört. Was? Was ist das denn passiert? Ich war gerade im Shop. Nein! Oh Gott, ja! Nein! Okay, so viel dazu. Nein, ich bin tot. Er hat mich danach getötet. Oh, dieser Fiesling. So ein Gemeiner. Wie kann er nur? So, dann eine neue Runde, neues Glück. Diesmal wissen wir auch die Regeln, okay? Äh, nochmal zur Klarstellung. Smaragde. Ja, wir geben unsere Smaragde ab. Und zwar nicht die, die wir im Inventar haben, sondern die, die wir hier in den Kisten haben. Weil die, die wir im Inventar haben, fallen ja eh, wenn wir, wenn wir fallen. Dann sind sie ja eh weg. Das heißt, das wäre ja eh eine Quatschregel. Aber hier sind Diamanten jetzt. Hier sind Diamanten. Oh Gott, ehrlich? Ja. Die wollen mich hier tauchen. Ehrlich? Okay. Machen und Dias. Challenge wird doppelt so schwer, okay? Guck mal, hier sind zwei Dias. Kann man sich davon schon was kaufen? Weiß ich nicht. Kann man? Guck. Ich habe keine Ahnung, Ronja. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich dachte, du bist unser Profi. Das Spiel ist Neuland für mich. Das Spiel ist Neuland für mich. Ja, ja, lügen, lügen, lügen. So. Nein, ich kann nicht Pixel-Bed Wars. Ich kann ein normales Bett. Das stimmt, du kannst ein normales Bett Wars. Ich kann kein Pixel-Bed Wars. Ja. Das spielen auch nur die Plebs, hm? Was? Naja, die Nicht-Profis. So. So wie du. So wie ich. Ich habe jetzt unser Bett eingebaut. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, du hast es gefällt mir. Ja. Team Weiß ist weg. Krass. Das geht schnell. Ähm, ich brauche 40 Eisen für so eine Dingsrüstung. Aber, oh mein Gott, was war das? Das war das Bett unserer Nachbarn. Hold me. Das warst du. Yeah. Du bist, deswegen habe ich dich dabei. Ich weiß. Sehr schön. Warte, dann gehe ich jetzt mal Diamanten holen. Okay, nice. Ja, hol mal die Dias, weil die habe ich nicht geholt. Die hast du nicht geholt? Oh ja, hier sind zwei schon. Drei jetzt. Bam. Was haben wir denn noch? Hier drüben geht es zu rot. Aber die sind schon weg vom Fenster. Das heißt, da muss ich gar nicht hin. Ich tue unsere Dias mal zurück ins Lager. Das war das Bett unserer anderen Nachbarn. Oh mein Gott. Easy. Ich falle los, mach schnell mit den Dias was. Ähm, warte, warte. Zu spät, oder? Warte, aber... Du musst sie ihnen schenken. Ich muss sie ihnen schenken. Wir haben noch zwei in der Kiste. Wir haben fünf Diamanten. Wir haben die Dias schenken. Wer war's? Blau, glaube ich. Blau. Dann mache ich mich jetzt auf den beschwerlichen Weg zu blau. Ja. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Man kann die ja nicht einfach rüberwerfen. Äh, meine... Man muss ja straight up auch noch rüberlaufen. Es geht... Soll ich sie ihnen die bringen? Ja, bringen sie ihnen. Und dann habe ich sie wieder. Oh ja. Oh ja, clever. Clever. Gebt mein Bestes. Hier, bitteschön. Aber du kannst die neuen Dias holen. Ich hole neue Dias. Ja, schön. Die sind ja auch fair. Genau. Die lasse ich hier liegen für dich. Oh, warte. Da ist ein Grauer an der Dias. Vielleicht kann ich mit dem einen kleinen Kampf anzetteln. Aber was wird... Ich bin doch grau, hä? Achso, du bist grau. Du warst es gerade. Wo geht's denn weiter zum... Ich hab weite blaue. Und, äh... Ich hab die Dias. Oh mein Gott. Und ich hab der Dias auch noch mitbekommen. Ich hab jetzt noch viel mehr. Nein. Oh, nee. Okay. Die Challenge ist mega. Die Challenge läuft bis jetzt gar nicht schlecht für uns. Wie viele Dias haben wir jetzt? Warte, dann können wir uns jetzt was Cooles kaufen, oder? Ja, ja. Ich komm jetzt mit den Dias zurück. Ich will jetzt mich nicht noch mit den grünen anlegen, weil wenn ich dann sterbe, sind die ganzen Dias weg. Ich hab neun Stück. Ich glaub, das ist relativ viel. Ich hab noch drei hier. Was kann man denn für Dias holen? Warte mal. Ich komm mal zu dir. Ich kann mich nicht aus mit Emeralds und Dias. Ach, guck mal doch. Wir können... Geschärfte Schwerter hab ich uns mal gekauft. Bessere Rüstung. Nochmal bessere Rüstung. Oh, ah. Okay, ich bin auf dem falschen Ding. Ich war im Itemshop und war so. Gibt's denn hier keine Teamverbesserung? Ja. Haben wir noch Gold, weil dann kaufe ich mir einmal bessere Rüstung. Ja, wir haben noch... Warte, hier. Einen Gold brauch ich noch. Ja, perfekt. Ist das okay? Und dann bin ich wieder weg. Maske, Ronja. Da ist eine Beine. Oh mein Gott. Ronja. Ich bin da, ich bin da. Hol ihn. Nein. Ha. Rechteck. Der kommt hier einfach von der Seite an. Was denkt der dann, wer er ist? Ja, also. Der kann hier einfach in die Basis gehen und uns kaputt machen, oder wie? Frechheit. Absolute Frechheit. Ich möchte gerne auch mal ein Team töten. Ich gehe jetzt auf Mission. Weiß ich nicht. Irgendwen. Warte, hier ist gerade jemand. Achtung. Grün ist in unserer Basis. Grün ist immer noch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Unser Bett ist noch nicht... Was macht der denn? Der ist in unserem Shop. Anstatt unser Bett abzubauen, ist der in unseren Shop gegangen. Warte, ich bin schon wieder tot. Nein. Warum ist das schlecht? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er hatte vielleicht nichts zum Abbauen. Wir haben jetzt von zwei Seiten Beef. Das ist das Problem. Okay. Pass auf. Wir müssen die Grünen irgendwie erstmal eliminieren, sage ich. Erstmal die neben uns. Erstmal die neben uns. Weil die können direkt immer kommen. Hier. Pink ist das. Pink ist das? Ich dachte, okay. Pink ist direkt neben uns. Dann schlappen wir uns die Pinken. Yes. So. Ich hoffe sehr, dass ich hier nicht einfach runterstürze. Oh. Bist du bei mir? Quasi. Warte. Da, unten ist ein Pinker. Ich kämpfe mit dem unten, ja? Ja. Okay. Unten ist tot. Wir haben noch den anderen. Cut, cut, cut. Oh, sehr schön. Die Re-Strawl nochmal. Komm schnell, holen wir die. Ja, ja, ja. Noch einer, noch einer. Nein. Nein. Okay, schnell zurück, Ronja. Unser Bett ist gleich weg. Meinst du? Ja, bestimmt kommen jetzt die Grünen. Die Grünen sind beide grun und unser Bett ist weg. Scheinlich besser. Okay, dann. Aber richtig gut. Wir haben noch grün, gelb und türkis. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach weiße weiter zu türkis, würde ich sagen, oder? Die sind ja in die Richtung. Ähm, warte, willst du schon gehen? Okay. Oder willst du... Ich würde noch auf dem Schwerfahrt warten. Oh, ne, grün ist bei mir jetzt. Oh Gott. Warte. Warte, komm ich. Nein, nein, geh, geh, geh. Okay, okay. Ich habe auch einfach keine Blöcke. Wir sind bei Weiß. Lebt Weiß noch? Nee, Weiß ist tot. Ja? Ja. Weiß ist garantiert tot. Weiß ist tot, okay. Das heißt, wir können uns hier bei Weiß einbunkern. Warte, ich hole mir mal kurz ein Schwert. Okay. Ähm, vier Dias haben wir noch. Ich mache bessere Sachen. Was haben wir denn hier? Ähm, brauchst du Gold? Ähm, ich brauche... Komm, schnell rein, ja, Hilfe! Ah! Hilfe! Hilfe, hilf mir! Ah, Gott. Oh Gott. Warum kommt der denn aus dem Nichts? Ja, aber der Dias gebracht, netterweise. Oh, das ist nett von ihm. So, ich hatte gar keinen Ton mehr zum Bauen. Das war ein bisschen irritierend. Warte, was kostet denn ein besseres Schwert? Sieben Gold. Oh, das habe ich sogar. Von der kann ich dir was bitten. Kannst du mal überwachen, dass mich keiner runterknockt gleich? Ja. Warte, ich gucke von links. Guck einfach, dass niemand auf mich schießt und keiner knockt, weil dann kommen wir zur nächsten Inseln oder so. Okay, ja. Aber da ist sogar feiner gerade in der Nähe. Also erstmal alles... Friede, Freude, Eierkuchen. Achtung, vor dir ist jemand, der ist Türkis. Lauf, 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 lauf! Die können uns wegbomben. Oh, das wäre nicht schön. Nee. Würdest du die kommen her? Haben wir den Bogen? Haben wir? Was? Ob wir einen Bogen haben? Ja, was kostet denn so einen Bogen? Das kann ja nicht so teuer sein. Ich glaube, der kostet Emeralds und so viel haben wir nicht. Nee, es gibt für zwölf Gold, kriegt man auch einen Bogen. Ach, wirklich? Okay. Ich habe jetzt erstmal einen Bogen gekauft. Okay. Kauf uns jetzt bessere Rüstung nochmal, dann haben wir noch bessere Rüstung. Kann ich da auf den schießen? Treffe ich den? 21 Pfeile. Irgendwann treffe ich dich. Yes. Ich berechne meine Flugbahn. Ja, er denkt, er kann sich sicher hier irgendwo einbauen. Wir sind hier nicht in Fortnite, mein Guter. Der baut sich gerade einfach wirklich so eine Wand, damit ich ihn nicht abschießen kann. Wie frech. Wer denkt der denn, wer er ist? Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Diese Säcke, ich wollte mit mir springen. Warte, bring... Ach nee, das ist gar nicht mehr unser Bett. Wir haben ja gar kein Bett mehr. Nein, wir sind tot. Ich bin tot. Du bist... Oh, stimmt. Stimmt, du bist ja... Okay, ich feite jetzt die Türkisen. Ich räche dich. Okay, ich glaube an dich. Danke. Oh mein Gott, die haben auch einen Feuerball. Nein! Nein! Oh, die sind Feuerbälle! Die blöden! Challenge failed. Challenge failed. Ich meine, ja, so viel dazu hat gut geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut bei Easy vorbei, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Ihr Kanal ist in der Infobox verlinkt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!